Na na, volles Risiko. Mit dem mutigen Leben hier einen TikTok-Clock. Ein Fehler kann den Tod bedeuten. Wo finde ich was? Hey! So schnell werde ich nicht gehen, wo wir gehen. Ist hier was? Ich glaube nicht. Es ist ein dummer Ort. Es ist ein ganz dummer Ort gerade. Ja, aber sehr dumm. Sehe ich vielleicht irgendwas von hier? Nee. Das ist blöd. Das ist sehr, sehr blöd. Ja. Ich muss hier irgendwie sein. Oh Mann. Es hilft mir nicht viel, Alter. Die, die, da, die, da, die. Das war Quatsch. Also es war kompletter Quatsch, was da alles abgelaufen ist. Den Stern mit der 1, da war es immer noch sehr irritierend. Und da ist der nächste. Ich will diesen Stern haben. Ich lege das auf. Gehe jetzt nochmal rein. Ich will diesen verdammten Stern da jetzt endlich haben. Es kann nicht unmöglich sein, den zu kriegen. Es kann einfach nicht unmöglich sein. Wow. Wirklich. Ich habe einfach mal gezielt Feuer in den Strom gesetzt. Und jetzt funktioniert es. Na, Wahnsinn. Und dann war ich wieder rein, weil ich weiß, dass es so um noch ein Stern ist. Ich nehme ihn jetzt einfach. Meine Güte. Dann sind die bloß noch die roten Münzen nämlich. Oder 100 Münzen auch. Das ist jetzt scheiße mit dem einen Stern. Aber ich habe ihn nicht eingesammelt. Okay, jetzt möchte ich halt das Brett hier umhauen. Geht das? Kickt doch dieses scheiß Brett, ey. Jetzt komme ich nämlich da rüber. Ganz vorsichtig. Ey, die Perspektive hat mich gefickt. Die Perspektive hat mich komplett gefickt, ey. Oh, geil, nächster Versuch. Na ja, Versuch. Wenn so ein Holzblatt einfach schon so schwer zu bedienen ist. Jetzt ganz vorsichtig. Ich kann mir jetzt keinen Fehler mehr leisten. Bin ich da drauf? Ja. Ihr werdet das ja wohl hinkriegen, oder? Ja, klar. 48. Das war komisch. Wieso wäre das so merkwürdiger aus? Ich liebe das, wenn solche merkwürdigen Überlackungen sind. Von den Bildern. Ja, ich habe was vergessen. Einfache Leben. Das geht ja so auch. Jetzt war der eine... Also das ist doch auf jeden Fall da was. Jetzt haben wir hier noch was. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die habe ich auch schon... Nein, die habe ich noch nicht probiert. Geil. Sehr schön. Und dann machen wir jetzt hier weiter. Oh, der 50. Stern. Wir können den Aal fight machen. Wir machen den Aal fight. Da habe ich jetzt Bock drauf. Wohin wir uns noch das Leben hier ab, dann geben wir auf keinen Fall jeden Mal die Aura. Also wenn ich wohl doch hier Open End machen, dass ich keinen Bock mehr habe. Ja. Das ist hier mittlerweile auch klar, wie das hier geht. So mal den Haus locken. Dann schwimmt er raus. Und wir holen uns gleich den Stern. Wie das aussieht, wie der... beidseitig so... Keine Ahnung. Hinterher, 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 hinterher. Nein! Oh, fuck! Kriege ich ihn noch erwischt, irgendwie, oder? Nein, ich könnte ihn theoretisch noch kriegen. Ne, der schwimmt vorher rein, glaube ich, oder? Der ist Feuer wieder drinnen, ey! Kackal! Stoßst du direkt wieder raus, oder? Stoßst du raus? Ja, mach doch! Ja, nächste Chance! Nein, ich will ja sogar nicht so weit runter, sonst stoße ich da unten gegen. Scheiße, ey! Ey, was ist das? Ich stelle mich grad an. Ich stelle mich grad komplett dumm an. Was ist denn das? Wieso ist sie denn am Anfang da irgendwo? Jetzt muss ich auch Pfeife nie so ertrinken können. Gut. Und jetzt den kompletten Weg rüber schwimmen. Na, wohlbekommen, zähl. Was passiert, wenn ich in die Seite schwimmen? Und wenn ich dann voruntergedrückt bin? Ja, natürlich werde ich voruntergedrückt. Ich muss mal testen, ob ich dann wieder unter dem Boot leide, oder so was. 50. Oh mein Gott, der nächste Hase. Stimmt, der ist ja 50 da. Das passt genau. Ich bin Punktgenau bei 50 und what the hell? Ja, okay. Ich bin besser geworden, was das Hasenfang anbelangt. Geil. Komm, Schmidt jetzt. So, ich hab keinen Bock hier ständig über Welt 6 zu Welt 7 zu gucken. Deswegen mach mal einen anderen Seed jetzt. Wir machen bei 51 Sternen jetzt mit der anderen Nummer weiter. Das ist mir egal. Ich meine, es ist weiterhin randomized. Aber ich weiß. Oh. Hier steht 5. Soll ich die Geister probieren, ob's jetzt besser ist? Mach ich mal, oder? Wehe, einer ist auf irgendeinem dänischen Dach und lass dich aus. Ich will die Geister jetzt machen. Oder das Auge. Das Auge halt. Das Auge muss ich mitkriegen. Mach mal das. So. Wo spawnst du? Ah, bei dem Karussell. Okay. Gut. Machen wir das. Dann habe ich gleich hier irgendwie... Wo war das? Auf der anderen Seite war das. So. Mal runter hier. Na also. Mal das auch. Fast. Ich suche noch Welt 7. Aha. Hier ist er. So. Neue Chance. Neues Glück. Jetzt möchte ich mich hier mal ein bisschen mehr umschauen dürfen. Danke. Ja, Vulkan wieder, oder? Holen wir uns mit anderen Sternen. Ne, hier irgendwo ist. Nein, ich vergesse es jedes Mal. Au. Ich muss das so lösen. Es geht nicht anders. Wenn es mir jetzt zu anstrengend in dem anderen zieht. Jetzt mal nach außen, aber die ich mir jetzt selber gewählt habe. Lass mich mal raten. Der Stand ist gar nicht hier oben irgendwo, oder? Doch. Oh. Oh. Na, sieh mal einer an. Geil. Ja, es heißt, es ist aber auch, ich muss sie jetzt nicht hochheben, oder? Wobei, nicht unbedingt. Ich kann auch folgendes machen. Aufgepasst. Ach, scheiße. Ich dachte jetzt TikTok-Klop. Scheibe. Verkackt. Ich bin nämlich draußen. Das ist hilfreich. Das ist richtig hilfreich. Dann lasse ich mich einmal killen. Oh, es dauert zu lange. Lass mich mal schnell an den Killen machen. Ich will einmal, dass du stirbst und dann dauert es mir zu lange. Oder. Oder. Guck mal, wenn er hier ist. Hier, der kratzt da sich an der Wange, weil er feststellt, er hat ganz eingesammelt. Als neuen Stern. Aber es geht ja auch hier weiter. Oh, au. Ey. Der nächste doch, der nächste. Das ist ein bisschen bescheuert, dass ich das so mache, aber es funktioniert ja. Ja, und jetzt wisst ihr, wie ich weitermache, oder? Geh hier rein. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, ist das dämlich. Das ist sowas von dämlich. Ich meine, es ist aber ein schnellerer Weg, als es sonst zu lösen, wenn wir jetzt leben. Oh, das ist ja der Sturm der 3. Oh, Mann. Pfff, man sieht mich gar nicht. Oh. Oh, nochmal. Es ist mit bei der 0 Uhr und wir haben 3 Stunden bei der Aufnahme. Zwei glatte Dinge erreicht. Ich führe schon wieder dauernd Gegner sterben. Naja, es geht mir ja nur darum, irgendwie anzukommen. Oh, Mann. Wow, f**k, ich sterbe. Scheiße. Oh, bitte, dass bei der Welt hier rum irgendwas Schönes sei, dass ich das doch anders lösen kann. Ja, hier ist TikTok gewesen. Perfekt, weil... Das war auch ein geiler Spawn, mal auf den Zeiger genau drauf. Ja. Äh, wie war denn das jetzt? Wo muss ich nochmal rein? Naja, Snowman's Land. Machen wir das so, oder? Genau. Geht auch. Spart mir den Betritt einer Welt. Das betritt nicht den Betritt. Ja. Mein Gott, warum denn so ein scheiß Spawn, ey? So wird das nix. Das ist doch doof. Was? War der Boss hier nicht sogar irgendwo in der Nähe? Nee, Quatsch. Es war am Anfang, es ist auf der komplett falschen Leute jetzt hier. Oh, nein. Ne, ich will mir den Vulkan drüber. Ich will mich auf diese Brücke dann aufbringen. Shit. Ja, ja. Als Feuer soll ich abraten. Und hier ist wieder lebensmiggy. Ich will mich auf diese Brücke dann aufbringen. Was passiert, wenn du auf die Brücke bist hier? Ich will mich auf die Brücke. Ja, war fiktig. Wie das aussieht. Nein, 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 nein. Ich will mich auf die Brücke. Ich will, dass ihr komplett auf die Brücke läuft. Wie geil. Wo ist der denn? Wo ist der denn jetzt genau? Ich hab's ja nicht gesehen. Doch, da ist er. Wie geil sah das denn aus, ey? Oh je. Viel zu lustig. Das ist doch wieder so, als man bescheuert kann. Du musst auch noch weg. Nein. Macht mir das Leben nicht so unnötig schwierig schon wieder. So. Weil ich denke, das reicht's auch eigentlich für Welt 7. Weil die Bullis kann man bestimmt auch so machen. Ich will's jetzt nicht überstrapazieren. Ja. Wollen wir's belassen dabei? Weiß nicht. Wollen wir's belassen heute? Hur'n? V- Gute Münzen. Oh. V- Ich kann den blauen Schalter aktivieren. Allee, in die Idee. Ja. Machen wir das doch lieber. haben wir noch was sinnvolles geleistet ansonsten soll es heute eigentlich reichen 555 meine güte bis zum nächsten mal